Hallo Leute und herzlich willkommen bei meinem Let's Play Galactic Craft auf meinem Kanal Ingenieurs Let's Play, also LP, abgekürzt. So, wir waren dabei, noch immer noch in der Höhle, aber diese Folge will ich es schaffen, hier rauszukommen. Ich habe gerade nochmal diese Kohleblöcke gemacht, um Platz zu sparen und ich muss Platz sparen. Ich muss mir gleich mal eine neue Eisenspitze machen. So, hier war noch irgendwo eine Halle, wo sehr viel Erz war. Nicht eigentlich, die Kohle hier gerade nicht. Nein, hör auf damit, Gero. Bau es nicht ab. Mann. Ich hoffe mal, dass es da jetzt endlich mal Silikon. Stöhnen, stöhnen, stöhnen. Mann, wir finden kein Silikon. Wir haben ein Silizium, also Silikon gefunden. Ein einziges. Wir brauchen mindestens sechs. Mindestens acht. Scheiße. Mega kacke. Das ist doch mega kacke jetzt. Mann, ey. Da haben wir schon mal zehn Diamanten irgendwie in der vierten Folge oder so gefunden. Und jetzt hängen wir bestimmt schon in der zehnten Folge immer noch in dieser Kackhöhle, weil wir kein Silikon haben. Immer nur noch Kohle, immer nur Kohle. Das ist so mega scheiße. Mann. Wir brauchen natürlich Kohle, ist klar. Wir brauchen sehr viel Kohle. Aber im Moment brauchen wir überhaupt gar keine Kohle. Also in diesem Moment, in dieser Situation. Ich will das gleiche erst, nur ein bisschen anders. Wir finden Gold, was wir in dieser Mod überhaupt nicht brauchen. Und was ich auch nie benutzen werde. Außer vielleicht für eine Rüstung oder so. Das ist Öl. Aluminium. Zinn. Kupfer habe ich da gerade auch gesehen. 64 Aluminium und 51 Kupfer. 43 Aluminium. Also wir haben jetzt schon fast zwei Stacks Aluminium. Und nur ein einziges Silizium. Was? Silizium ist zwar sehr, sehr selten. Sehr, 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 sehr selten. Aber was es so mega selten ist, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß doch nicht, in welcher Höhe die spawnen sollen. Keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer Ahnung. Wo dieses Erz zu finden ist. Ich bin auf Höhe 24. Ich muss mal weiter runter. Aber hier gibt es viele Erze. Deswegen gehe ich ja auch hier hin. Zinn. Ich meine, das brauchen wir auch alles. Alter, ich würde jetzt sogar noch... Hier, die haben... Ah, okay, das ist nicht... Ich würde jetzt sogar noch ein bisschen Redstone gegen dieses Silizium eintauschen. Nein. Nein. Äh, ich habe jetzt aber auch gar keinen Bock mehr, diese ganze Kohle abzubauen. Das ist so ärgerlich. Also, ich glaube, ich werde das Silizium einfach, ähm, ohne aufzunehmen, einfach holen. Das ist für euch viel zu langweilig. Das ist alles total langweilig. Wir stehen die ganze Zeit in dieser Höhle und bauen diese ganzen umliegenden Erze ab. Aber wir finden nur ein einziges Erz nicht. Das letzte haben wir nur einmal. Wir brauchen es mindestens achtmal. Oder wir brauchen es für einmal benutzen. Zwei Stück. Und wir haben nichtmals zwei. Das ist alles so traurig. Hier ist überall nur Kohle, aber kein Silizium. Warum ist kein Silizium? Na. Mann, ey. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich habe langsam, verliere ich echt die Nerven. Ich weiß, da war gerade noch Laps und Kohle, aber um das Laps-Latsby abzubauen. Erstens, so viel braucht man nicht. Und ernsthaft, dann bräuchten wir noch mehr Platz. Nein, den haben wir nicht. Also ernsthaft, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Ach, Mann. Scheiße. Warte mal. Mann. Das ist hier irgendwo Silizium. Zinn. Alter, ich suche das jetzt ernsthaft in Game Mode 1 ab, ey. Ich habe die Nerven verloren. Ich habe die Geduld verloren. Wir finden dieses scheiße Lithium nicht. Das gibt es eigentlich sehr oft. Hm. Das soll ja auch schon ohne Cheaten sein. Also ernsthaft, dann breche ich das jetzt gerade mal ab. Also mal ab. Also dann mache ich das jetzt irgendwie weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Also dann stoppe ich jetzt die Aufnahme. Also wir sehen uns gleich wieder in zwei Sekunden Höhle. Die war sehr, sehr cool. Ja, er hatte. Ja, es ist 63. Ja, war ich ja gar nicht so schlecht. Wir werden auf jeden Fall sehr weit weg vom Zuhause sein. Ach, wir sind hier. Ja. Wir sind hier am Strand. Dann müssen wir nur hier in die Richtung laufen. Kühe. Geil. Lauf. Bleib einfach nur nach Hause. Ernsthaft. Wir sind aber nicht zu Hause. Wir sind hier in einem Sumpf. Und dann werde ich mich jetzt umbringen. Selbstmord. Jetzt ist es wieder aus. Das war der Strand. Na, das war ein anderer Strand. Ja, das war ein anderer Strand. Hä, ich habe doch mein Spawnpoint. Ach so, ja. Wir wollten erst da das Haus bauen. Na, nee. Es ist ja anders gekommen. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, das rausliegt jetzt in der Richtung hier. Ich hoffe mal, das ist doch so. Ja. Ja, ich wusste es. Jetzt setzen wir mal hier unser Spawnpoint. Ich hoffe mal, das ist ja gar nicht zu Hause. Woah. Erstmal alles rausschmeißen. Ich werde jetzt den Ofen schon mal anschmeißen. Ich werde jetzt noch ein paar neue Höfen machen. Wie viel Platz ist da? Ich mache zwei. Ja. 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 So, dann werde ich jetzt mit dem Maschinenraum beginnen.